Die Highlights vom heutigen Video, die technischen Daten, die Zinken und die praktische Anwendung. Herzlich willkommen zu unserem Testbericht des Erefizierers Ryan Lornair 4+. Das Gerät von Ryan hat ein leeres Gewicht von 109 kg und eine Arbeitsbreite von 48 cm. Zudem beträgt die Leistung des Erefizierers 3,6 PS. Ausgestattet ist das Gerät mit einem Brickson Stratton Motor mit einem 3,8 Liter Benzintank. Die Walze des Lornair 4 Plus kann mit Wasser gefüllt werden. Dabei liegt dann das Totalgewicht bei 156 kg. Außerdem stand der Erefizierer Löcher in der Boden mit einem Durchmesser von 1 cm und einer Tiefe von 7 cm. Die Zinken werden mit Hilfe des schwarzen Hebels nach unten in den Boden gedrückt. Um den Erefizierer zum Rollen zu bringen, sieht man am schwarzen Hebel und um die Zinken in Bewegung zu bringen, hält man den grauen Hebel. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, kippt man den roten Schalter auf rechts, öffnet den Benzinhahn und schiebt den Jock nach rechts. Dann sieht man am Seilzug Starter, schiebt den Jock wieder nach links und schon ist das Gerät einsatzbereit. Unser Fazit Der Ryan Lornair IV Plus ist für die Profi Garten- und Rasenpflege geeignet. Der Ryan Lornair IV Plus ist für die Profi Garten- und Rasenpflege geeignet. Untertitelung des ZDF, 2020